Ah, so klar, dass sich das interessiert. Zwei Penisse. Wer will's nicht? Ich kann's verstehen. Hallo Fanbase, ich bin der Ben. Das sind die Jungsfragen und heute reden wir über zwei Penisse haben. Ja, das gibt's tatsächlich. Es gibt Menschen, Männer vornehmlich, die zwei Penisse haben. Das ist tatsächlich weniger geil, als man jetzt denkt. Mit zwei Penissen auf die Welt zu kommen, ist unfassbar selten. Es betrifft derzeit so rund 5,5 Millionen Männer, aber das ja gemessen an der gesamten Weltbevölkerung ist ja wirklich verschwindend gering. Der erste doppelte Penis wurde übrigens 1607 oder was in Bologna, Italien festgestellt. Das bedeutet nicht, dass es ab da angefangen hat, das gab es davor auch schon, aber da hat man's dann halt das erste Mal irgendwie aufgeschrieben. Und diese Aufzeichnung gibt es heute immer noch. Also eigentlich auch vollkommen unwichtig. Zwei Pimmel zu haben, ist in der Vorstellung natürlich immer ziemlich cool, weil man sich denkt, doppelter Spaß und so. In den meisten Fällen ist Diffalie, so nennt sich das übrigens, ist Diffalie, aber nicht so. Es kann eine komplette Fehlbildung sein. Hier, schaut euch das mal an. Das könnte alles passieren bei so einer Diffalie. Also das sind alles sogenannte Diffalie-Fehlbildungen. Und das, was am meisten klar geht, sind natürlich zwei richtig funktionierende, voll ausgebildete Pimmel. Denn die kann man tatsächlich auch so weit reizen, dass man da auch einen Orgasmus mit beiden haben kann. Aber nochmal, das ist die Seltenheit. Denn die meisten Männer haben tatsächlich irgendeine stärkere Fehlbildung. Und nicht nur diese Fehlbildung. Mit einer Diffalie kommen auch meistens noch andere Fehlbildungen. Zum Beispiel, dass man die doppelte Anzahl an Nieren hat. Oder auch, dass der Enddarm doppelt vorhanden ist. Oder auch einfach fehlgebildet ist. Also diese Diffalie zieht meistens noch andere Fehlbildungen mit. Und das betrifft tatsächlich nicht nur Männer. Auch bei Frauen kann eine Diffalie, was ja Quatsch ist, weil Diffalie bezeichnet ja irgendwie den Penis. Die von zwei, Phallus, Penis, Diffalie, zwei Penisse. Wie heißt das denn bei den Mädchen dann? Das könnte ich nachgucken. Die Vagina? Die Vulva? Ganz im Ernst, keine Ahnung. Frauen könnte das also genauso betreffen. Die haben dann auf einmal doppelte Kitzleranzahl oder auch einfach doppelte Schamlippenanzahl. Und dann hast du da unten wie so einen Karteikartenreiter. So, brrrr. Oh Gott, ey, was ist denn hier schon wieder los? Wie kann sowas überhaupt passieren? Naja, da das so ultra selten ist, ist das nicht so wirklich untersucht. Das ist ja ganz klar eine Fehlbildung im Embryonalstadium. Und man vermutet, dass das aufgrund von Substanzkonsum ist, also sprich Alkohol, andere Drogen, Nikotin auch oder einige Medikamente. Also, dass irgendwas negativ die Entwicklung des Kindes beeinträchtigt. Wie wird sowas behandelt? Natürlich ganz klar mit einer OP. Also da muss man natürlich von Fall zu Fall gucken, was liegt vor, welche Fehlbildung liegt vor und dann wird das behandelt. Ich weiß nicht, ob man so eine voll ausgebildete Diffalie, also wo man zwei funktionierende Penisse hat, ob man das wirklich behandeln muss. Aber ich schätze schon, weil es halt spätestens psychische Probleme gibt. Weil stell dir mal vor, du lernst irgendwen kennen und man landet in der Kiste und dann, große Überraschung, ich habe zwei Pimmel. Ist nur in der Vorstellung geil. Also das ist nicht so einfach, aber es ist ja zum Glück super selten. Na gut, jetzt wisst ihr Bescheid. Ihr wisst, dass es tatsächlich Menschen gibt mit zwei Penissen. Wenn es euch gefallen hat, jetzt einen Daumen nach oben, die Jungsfragen abonnieren, die anderen Videos schauen und wir sehen uns dann die nächsten Tage wieder. Bis dann, tschüss.